Willkommen beim Außen- und Gartenheizung-Chair-Lösungen. Hier ist Will, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Polyrattan Lounge-Sofa-Garnitur, Lounge-Gartenmöbel, Ecksofa, Couch-Garnitur mit Sitz und Rückenkissen, Lounge-Tisch mit Glasplatte. Vielseitiger Stil dieses funktionale Polyrattan-Set für den Garten passt perfekt zu ihrem Balkonstil oder ihrer Gartengestaltung. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich, braun und schwarz. Eine Erweiterung Ihres Wohnraums ausgestattet mit einem Lounge-Sofa, einem Hocker und einem Couch-Tisch mit Arbeitsplatten ausgehärtetem Glas sind diese Terrassenmöbel eine gute Wahl für Sie und Ihre Familie, um Ihre Freizeit zu verbringen und die Sonne sowie Getränke und Snacks im Freien zu genießen, aber ohne lange Fahrt zum Hügel oder Strand. Hochwertiges Rattan-Äußeres und Rahmen der robuste und elastische UV-beschichtete P-Rattan ist fest mit einem pulverbeschichteten Rahmen aus Stahl verwoben, der eine starke Unterstützung bietet, auf die Sie sich verlassen können. Dieser Tisch und Stuhl im Freien wurde für Witterungsbeständigkeit im Außenbereich entwickelt und hat geringe Wartungskosten und eine langfristige Nutzung. Weiche Dämpfung mit abwaschbaren Kissenbezüge hergestellt aus Hochleistungspolyester-Überzug, gefüllt mit einem 5 cm extra dicken Schwamm für Komfort und Bequemlichkeit. Diese Kissenbezüge mit Reißverschluss sind wasserdicht und schmutzabweisend und lassen sich leicht entfernen und reinigen. Kauchtisch aus glatten, gehärtetem Glas robuster und charmanter Couchtisch mit transparenter Glasoberfläche. Es ist großartig, Ihren Freunden einen faulen Sonntagsbrunch mit einer Tasse Kaffee oder einem Sommergrill im Freien zu unterhalten. Im Laufe der Jahre ist Außen- und Gartenheizung immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen.